Heute möchte ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, wie man Exodus eigentlich einrichtet, was Exodus ist und vor allem, worauf du zu achten hast. Von daher beachte gerne die ganzen Tipps im Video. Die ganzen Timestamps habe ich dir unten eingeblendet und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor wir in den Installationsprozess reindriften, möchte ich ganz kurz mit dir klären, was Exodus eigentlich ist. Man muss verstehen, dass es zwei Arten von Wallets gibt. Das sind so die, würde ich sagen, gängigsten Arten. Und zwar haben wir zum einen ein sogenanntes Hot Wallet und wir haben ein sogenanntes Cold Storage oder beziehungsweise Cold Wallet. Und diese beiden Wallet-Typen haben massive Unterschiede. Bei einem Hot Wallet handelt es sich um ein Wallet, das permanent mit dem Internet verbunden ist, wenn ich die Anwendung starte. Außerdem bin ich extrem flexibel. Ich kann also ohne weitere Devices einfach auf meine Bestände zugreifen, brauche in der Regel lediglich ein Kennwort, vielleicht noch Recovery Phrases und kann das wirklich überall auf der Welt machen, ohne nochmal weitere Bestätigungen zu brauchen. Und damit gehen natürlich auch Gefahren einher. Aber diese Hot Wallets eignen sich eben, um schnell eben Transaktionen durchzuführen, Kapital kurzzeitig irgendwo zu lagern und so weiter. Also wenn man wirklich aktiv damit arbeitet, kann ein Hot Wallet schon sehr, sehr hilfreich sein. Aber, und das ist eben das große Problem, mein Wallet ist eben nun mal verbunden mit dem Internet und ich bin abhängig von einem Softwarehersteller und in dem Moment, wo es irgendwie Probleme mit der Software gibt, kann es eben sein, dass ich schon nicht mehr an meine Bestände rankomme. Also es gibt hier einige Mankos, die damit zu betrachten sind. Deswegen würde ich jedem empfehlen, bitte, bitte, bitte organisiere dir ein Hardware Wallet, wenn du wirklich Bestände, größere Bestände, kleinere Bestände, wie auch immer diese einfach liegen lassen möchtest, über einen längeren Zeitraum. Dann bist du nämlich mit einem Hardware Wallet komplett anders unterwegs und über den ersten Link in der Videobeschreibung verlinke ich dir auch einmal die Seite von Ledger. Das ist aktuell mein absoluter Favorit. Und da würde ich dir eben auch empfehlen, dass du dir dein entsprechendes Hardware Wallet her organisierst. Wir kommen jetzt trotzdem mal zu der Installationsgeschichte. Exodus ist nämlich ein sogenanntes Hot Wallet. Man kann es auch mit dem Hardware Wallet Hersteller Tresor verbinden. Das wird jetzt aber nicht Bestandteil des Videos sein, sondern wir werden jetzt in dem Fall das Hot Wallet einrichten. Wir werden eine Transaktion durchführen. Wir werden davor natürlich auch einmal die Recovery Phases sichern. Wir werden ein Kennwort festlegen und wir werden über alle Möglichkeiten sprechen, die in der Anwendung so bestehen. Als allererstes wirst du dich auf die Seite exodus.com navigieren und dann landest du genau hier. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir wirklich viele verschiedene Anwendungen haben. Es gibt tatsächlich Exodus auch als Web3 Wallet, heißt also als Integration in den Browser. Das lassen wir jetzt auch heute außen vor. Dann haben wir einmal die Mobile Wallet App. Auch die kannst du natürlich theoretisch benutzen für dein Handy unterwegs und so weiter. Kannst du dann immer darauf zugreifen. Dann haben wir einmal Desktop Wallet. Das ist das, was wir heute tun werden. Dann gibt es aber alternativ noch das Tresor Hardware Wallet. Auch das lassen wir heute außen vor. Das wird alles nochmal in einem gesonderten Video durchgekauft. Also gehen wir erstmal hier oben auf den Punkt Download und sehen hier auch nochmal die Übersicht der drei großen Elemente quasi. Und in dem Fall wählen wir jetzt hier Desktop aus. Und du siehst hier auch schon, dass nicht nur Windows unterstützt wird, sondern auch Mac und Linux. Heißt also, du bist wirklich flexibel, je nachdem, welche OS-Version du aktuell benutzt. Und tatsächlich auch in Zukunft dann wahrscheinlich M1-Chips, die dann hier unterstützt werden bei den neuen Geräten von Apple. In meinem Fall ist das jetzt Windows 64-Bit. Also gehe ich hier auf Download. Speichere die Datei einfach im Download-Ordner. Und nachdem der Download dann hier unten links jetzt gleich fertig ist, können wir dann auf die Anwendung klicken. Die Installation ist mittlerweile extrem einfach. Das wirst du jetzt auch gleich sehen. Du hast so gut wie nichts einzustellen, denn die ganzen Pfade und so weiter werden einfach selbstständig ausgeführt. Du siehst also, ich klicke hier einmal auf die Anwendung drauf. Ja, mehr muss am Ende auch erstmal nicht getan werden unter Windows. Dann sollte jetzt gleich das nächste Fenster auftauchen. Das hier, Installing Exodus. Und jetzt warten wir noch einen kleinen Moment und werden gleich schon einen entsprechenden Hinweis bekommen. Der Hinweis, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist schon da. Exodus has been installed. You can run it by clicking the shortcut on your desktop or in the App-Menu. Heißt also, wir gehen hier einmal auf OK. Wir nehmen hier mal den Browser und sehen hier oben links schon, dass in dem Fall die Anwendung nun vorhanden ist. Heißt also, wir können jetzt direkt starten. Wir machen jetzt als allererstes erst einmal einen Doppelklick auf die Anwendung, um sie zu starten. Und dann werden wir uns einmal durch die ganzen wichtigen Punkte durcharbeiten. Du siehst hier als allererstes, wenn du die App startest, eine sehr, sehr übersichtliche Übersicht, meiner Meinung nach. Wir haben also wirklich sehr, sehr viel Platz. Wir haben überall alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten. Und das Erste, was dir sicherlich in den Sinn kommen würde, wäre, OK, ich werde jetzt einfach mal Kapital darüber schicken. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg. Das allererste, was wir brauchen, ist natürlich in dem Fall die Recovery Phrases. Und wir müssen natürlich ein Kennwort festlegen, denn wir wollen natürlich nicht, dass die Anwendung hier von jedem am Rechner gestartet werden kann. Heißt also, wir gehen hier oben rechts erst einmal auf die Settings. Und anschließend klicken wir dann hier oben rechts auf den Punkt Backup. Und geben hier erst einmal ein Kennwort ein. Auch hier ist es natürlich wichtig, du musst dir das Kennwort aufschreiben. Wenn du das Kennwort nämlich verlierst, dann kommst du auch nicht mehr an das Wallet heran. Heißt also, bitte entsprechend notieren, ablegen und im besten Fall natürlich auch mit niemandem teilen. Das ist dabei erst einmal nur das Kennwort, um die Anwendung selber zu starten. Das Kennwort habe ich jetzt hier einmal eingetragen. Hier ist nochmal der wichtige Hinweis, am besten eben kein Kennwort benutzen, was du auf irgendeiner anderen Webseite bereits benutzt. Das sollte aber klar sein. Und dann gehen wir hier auf Next und müssen auch das Kennwort nochmal ein zweites Mal eingeben. Ich habe es jetzt in der Zwischenablage. Kannst du also einmal reinpasten und dann klicken wir auf Next. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Part und zwar zu den Recovery Phrases. Heißt also, falls wir irgendwann mal den Rechner zum Beispiel wechseln sollten und diese Recovery Phrases aufgeschrieben haben, können wir die Software einfach wieder downloaden und unser Wallet wieder einrichten. Das funktioniert natürlich ohne Probleme, aber man muss sich eben darüber im Klaren sein. Es ist wie gesagt ein Online-Wallet und wir müssen eben auch die Abhängigkeit zu dieser Software eben auch berücksichtigen. Also es ist wirklich nur für den aktiven Gebrauch sinnvoll, kurzfristige Transaktionen und so weiter, aber eben nicht für eine Code-Storage-Anwendung, solange man eben Tresor nicht mit anbindet. Wir gehen hier also auf View Secret Phrase und sehen jetzt anschließend insgesamt zwölf Wörter. Die sehen erstmal leer aus, aber wenn du mit deiner Maus hier rüber hoverst, dann siehst du, dass hier verschiedene Wörter einfach aufgehen. Und diese Wörter solltest du dir im besten Fall einfach abschreiben. Wichtig ist auch hier wieder die Zuordnung. Eins muss in dem Fall also bei mir Razor sein und zwei muss bei mir Bulk sein, denn sonst funktioniert eben auch die Wiederherstellung nicht richtig. Und es gibt hier natürlich auch unten den Punkt Print, um einmal die gesamten Wörter und die Zahlen entsprechend also abzuspeichern. Das würde natürlich auch funktionieren. In meinem Fall habe ich jetzt also diese ganzen Wörter einmal abgeschrieben und sie entsprechend sicher verstaut. Du solltest das ebenfalls tun und auch hier wieder genauso ähnlich wie beim Ledger zum Beispiel oder allen anderen Anwendungen. Bitte teile diese Daten niemals. In dem Moment, wo jemand also deinen Recovery Phrase hat und in dem Fall also auf deinen Wallet zugreifen kann, sind deine Bestände nicht mehr sicher. Es gibt hier keinen zweiten Faktor. Es gibt hier keine Gerätebestätigung, die dann noch gemacht werden muss. Deswegen ist es umso wichtiger, gerade bei einem Hot Wallet, hier also die Daten wirklich sicher zu verwahren. Ich klicke jetzt hier einmal auf Done und muss auch noch mal sicherstellen, dass ich mir die Sachen richtig aufgeschrieben habe. In dem Fall heißt es also, welches jetzt hier das sechste Wort zum Beispiel ist. Das ist bei mir jetzt Peer. Das bestätige ich einmal. Und das war es jetzt am Ende auch schon. Heißt also, ja, die Bestätigung ist da. Ich habe meine Recovery Phrases. Ich habe ein Kennwort festgelegt für die Anwendung und kann jetzt eben damit starten, hier wirklich aktiv zu werden. Das Erste, was uns dann sicherlich in den Sinn kommt, ist, naja, wie kann ich dann jetzt eigentlich zum Beispiel die Währung abändern oder vielleicht auch die Sprache. Und diese Punkte funktionieren hier über die Personalisierung. Wir können also hier erst mal die Currency verändern, zum Beispiel eben in den Euro, wenn man das möchte. Und wichtig ist eben auch, dass man hier zum Beispiel die Auto-Updates mit anmachen kann. Das wäre sicherlich ein wichtiger Punkt, denn auch Updates sind natürlich durchaus wichtig. Wobei ich ehrlicherweise das lieber in einem bestimmten Tonus mache. Heißt also zum Beispiel einmal im Monat. Dann bin ich nämlich auch immer sicher, dass der Release, der dann eben rausgekommen ist von Exodus, erst einmal eine entsprechende Zeit lang von allen möglichen Usern getestet wurde und gegebenenfalls auch Bugfixes und so weiter schon reingekommen sind und so eben kein Problem eben auftritt. Ansonsten kann man hier natürlich nochmal den Punkt Portfolios mit anwählen. Create and manage Portfolios in your Wallet. Das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe angucken. Und auch die Advanced Wallet Mode könnte man hier anmachen, aber das brauchen wir an der Stelle erst einmal nicht. Auch die Farben kann man hier entsprechend anpassen, wenn man das möchte. Das funktioniert ohne Probleme. Auch die Texturen kann man im Hintergrund anpassen. Den Skin, wenn man hier so ein bisschen abgespaceden Kram haben möchte. Und auch die Sounds, wenn man also zum Beispiel eine Transaktion bekommt. Dann gucken wir mal durch die anderen Punkte durch. Devices. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Devices miteinander quasi zu synken. Und auch die sogenannte Treasure Bridge könnten wir hier einrichten. Das lassen wir jetzt aber außen vor. Dafür brauchen wir erst einmal das Hardware Wallet. Und das habe ich hier aktuell nicht vorliegen. Über die Apps kann man theoretisch auch verschiedene Sachen noch hinzufügen, wie zum Beispiel Staking und so weiter. Aber es gibt hier noch weitere Möglichkeiten, auch zum Beispiel an allen möglichen Exodus Public Offerings teilzunehmen. Also quasi in so Early Phasen von Projekten mit reinzustolpern. Rewards. Auch das ist ein Punkt, der sicherlich interessant sein kann. Aber auch hier muss man sich darüber Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist. NFTs ist, glaube ich, klar. Das Exodus Web 3 Wallet ist dann die Extension für die Browser. Und Compound Finance. Hier geht es letztendlich auch nochmal darum, dass man quasi in Anführungsstrichen selbstständig unterwegs ist, selber als Bank unterwegs ist und quasi Kapital bereitstellt. Über Assets können wir nochmal nachvollziehen, welche Kryptowährungen hier eigentlich verwaltbar sind. Heißt also, wenn du dir unsicher bist, dann kannst du hier nochmal drüber gucken. Und du kannst auch diese Assets quasi desablen. Das funktioniert. Und du siehst zum Beispiel auch, welche dieser Kryptowährungen hier aktuell einen Tresor-Support haben. Oder zum Beispiel auch direkt in der App exchangebar sind. Also die du letztendlich selber auch direkt kaufen kannst. Auch das kannst du einmal durchgucken. Und du kannst dir oben einfach Begriffe eintragen. Über Security können wir dann hier noch den Auto-Lock mit einstellen. Heißt also, wenn du zum Beispiel fünf Minuten oder sowas nicht am Rechner bist, dann würde sich dein Wallet automatisch sperren. Und du müsstest quasi das initial eingegebene Kennwort nutzen, um dein Wallet wieder zu entsperren. Also du siehst erstmal, von der Grundeinstellung kann man die Sprache erstmal nicht verändern. Aber ich denke, damit kommt man grundsätzlich zurecht. Wir haben also jetzt einmal unsere Recovery Phrases uns gesichert. Und jetzt können wir einmal nochmal durch die Übersicht gucken, wenn wir hier auf der Home-Übersicht sind. Wir haben also hier einmal das Portfolio. Man kann erstmal, glaube ich, mit einem Standardportfolio starten. Man könnte natürlich weitere zum Aufsplitten und so weiter anlegen. Aber ehrlicherweise denke ich, dass eins vollkommen ausreichend ist. Und man sieht hier unten auch seine ganzen Kryptowährungen, die man jetzt zwar noch nicht hat, aber die theoretisch eben direkt nutzbar sind. Das bedeutet also, ich kann hier rüber Transaktionen empfangen und versenden. Das machen wir gleich. Dann haben wir hier drüben den Punkt Wallet. Das ist quasi das, wo wir dann reinkommen, wenn wir die entsprechenden Kryptowährungen anklicken. Das sehen wir uns auch gleich an. Hier haben wir den Punkt Exchange. Auch hier gibt es natürlich entsprechende Informationen dazu. Also können wir alle möglichen Paare hier eben kaufen und verkaufen. Wir können also relativ schnell entsprechende Trades eben abwickeln. Aber auch hier muss man natürlich wieder auf Gebühren achten. Das könnte durchaus ein Thema sein. Und das ist eben alles in dieser App mit integriert. Wir haben jetzt in dem Fall verstanden, dass Exodus hier mit Drittanbietern zusammenarbeitet. Klicken hier auf Continue und können dann alle möglichen Paare hin und her tauschen, die exchangen. Das funktioniert ohne Probleme. In dem Fall haben wir aktuell noch keine Bestände drauf. Wir sehen hier unten dann auch die entsprechenden Fees im Bitcoin-Kontext zum Beispiel. Und wir könnten jetzt zum Beispiel auch von Algorand zu ETH irgendwas wechseln und so weiter. Also ich glaube, das ist auch selbsterklärend. Über den Punkt Buy Crypto gibt es auch die Möglichkeit, in der App direkt Kryptowährungen zu kaufen. Mit Fiat zum Beispiel. Also USDT, Euro oder auch den britischen Pfund. Dann haben wir hier die Möglichkeit auszuwählen, wie wir letztendlich bezahlen wollen per Bank Transfer oder Apple Pay oder zum Beispiel auch über Kreditkarten und so weiter und so fort. Auch das können wir einmal durchklickern. Letztendlich 100 Dollar zum Beispiel werden dann zu Bitcoin. Und da muss man natürlich auch gucken, wie viele Fees letztendlich hiermit abgewickelt werden. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Denn es kann sein, dass man auf anderen Plattformen deutlich besser unterwegs ist. Das sollte im Fall der Fälle nur eine Notlösung sein. Denn in der Regel sind die Fiese relativ hoch. Wir werden uns jetzt aber mit der Thematik beschäftigen, wie wir jetzt eigentlich Bestände hin und her senden können. Und auch hierfür werden wir jetzt in dem Fall BNB verschicken. Heißt also, ich wähle jetzt meine Kryptowährung hier in der Portfolioübersicht aus, die ich empfangen oder versenden möchte. Klicke also auf die entsprechende Kryptowährung und komme jetzt hier bei BNB mit raus. Auch hier muss man natürlich darauf achten, dass das Netzwerk passt. Man kann jetzt also nicht unbedingt ETH-Bestände zu einer BNB-Adresse schicken. Darauf muss man natürlich auch immer achten. Auch hier der wichtige Tipp. Bitte verschick erst mal als Test einen Mini-Betrag, damit du sicherstellen kannst, dass deine Bestände ankommen. Und erst dann solltest du wirklich größere Mengen verschieben. Alles andere führt im Fall der Fälle zum Totalverlust und du kommst an deine Bestände nicht mehr heran. Jetzt wollen wir erst einmal in dem Fall eine Transaktion empfangen. Wir gehen also hier auf den Punkt Receive und müssen hier einmal bestätigen, dass hier über BNB grundsätzlich verschiedene Blockchain-Netzwerke abgedeckt sind. Heißt also, auch hier müssten in der Theorie dann andere Bestände, die unter BNB einzuordnen sind, also die quasi die Blockchain benutzen, dann mit einkategorisiert werden. Trotzdem solltest du eben darauf achten, das alles richtig zu machen und vor allem eher die supporteten Kryptowährungen zu senden und zu empfangen, als eben irgendwelche Sachen, die hier nicht aufgeschlüsselt sind. Ich gehe jetzt hier auf I understand this BNB-Adresse is on BNB-Network und klicke dann hier auf Show Address on BNB. Das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass wir hier nochmal ein Dropdown-Menü haben. Wir können also auch von der Beacon-Chain zurückwechseln auf die sogenannte BNB-Smart-Chain. Auch das funktioniert ohne Probleme, indem man hier die entsprechenden Netzwerke ausfügt. Wir haben jetzt also unsere Adresse hier einmal und den QR-Code, wo die Adresse nochmal hinterlegt ist. Und jetzt können wir auch in der Theorie diese Adresse einfach per E-Mail verschicken. Davon würde ich sowieso abraten. Oder zum Beispiel auch die Adresse direkt über die Blockchain abrufen. Man würde also dann direkt weitergeleitet werden auf die entsprechende Seite von BNB, also quasi eine Art BNB-Explorer, um dann also alle möglichen Transaktionen nachzuvollziehen. Wir klicken jetzt einmal auf Copy und suchen uns jetzt die Exchange zum Beispiel, über die wir dann unsere Bestände verschicken wollen. Oder zum Beispiel auch Metamask oder wie auch immer irgendein anderes Wallet, wo wir jetzt die Bestände einfach mal rüber transferieren. Und ich denke, den Schritt, den lassen wir jetzt mal aus. Und sobald die Bestände da sind. Und dann werde ich dir anschließend zeigen, wie man die Bestände aus Exodus wieder verschicken kann. Du siehst, wir haben gerade eine Transaktion erhalten. Das ist also abgeschlossen. Der Sound war da. Die Notification ist reingekommen. Meine Bestände sind also gerade angekommen, wie wir gesehen haben. Und ich sehe hier auch über den Activity-Reiter, dass ich nun also die Transaktion erhalten habe, würde ich das jetzt aufklappen, würde ich sehen, von wem die gekommen sind. Und auch wie die TX-ID aussieht. Also ich könnte hier auch nochmal alles entspannt nachvollziehen. Insgesamt haben wir jetzt also 0,002 BNB zur Verfügung, ungefähr 61 Cent. Das sollte reichen, um gleich nochmal eine weitere Transaktion durchzuführen. Wir klicken erstmal oben auf den Punkt Portfolio und sehen nun eine viel bessere Übersicht. Kommen hier natürlich weitere Kryptowährungen dazu, würde sich dieser Kreis schön aufteilen. Und wir könnten dann also viel besser sehen, was für Bestände wir haben und wie groß der Anteil ist und wie sich das dann natürlich auch alles verändert. Und hier haben wir natürlich ansonsten auch nochmal Daten, die Changes in den letzten 24 Stunden. Hierbei geht es vor allem um das Value des Wallets am Ende. Wir haben hier die Highest Balance. Auch das wird gemessen einfach an den Beständen, die wir dort drauf liegen haben. Dann sehen wir hier, wie alt das Portfolio ist und vor allem eben auch, wie sich zum Beispiel in dem Fall jetzt also unsere Assets verändert haben. Wir haben jetzt nur BNB dabei. Heißt also, wir sehen hier auch nur die Performance von BNB in den letzten 24 Stunden und zum Beispiel auch die Verschlechterung in Anführungsstrichen, also bestes und schlechtestes Assets. Aber in dem Fall haben wir jetzt quasi ja nur BNB. Das heißt also, hier sind die gleichen Daten mit drin. Und BNB ist jetzt hier auch in der Übersicht beim Portfolio ganz nach oben gerutscht, weil wir hier eben Bestände haben. Und wir sehen hier auch die prozentuale Aufteilung. Wir haben also 100% BNB. Jetzt wollen wir am Ende natürlich nochmal eine Transaktion von BNB aus verschicken. Um also sicherzustellen, dass das auch alles funktioniert und damit man weiß, wie man dann nun mit dem Wallet vollständig arbeiten kann. Wir klicken also hier auf Send und müssen dann hier natürlich einmal die BNB-Adresse eingeben und das richtige Netzwerk vorher natürlich auswählen. Heißt also, das klicken wir hier einmal rein. Und in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich an meine MetaMask-Adresse etwas schicken möchte. Und wir bekommen hier unten zum Beispiel gerade den Hinweis, This address is not formatted properly. Heißt also für uns, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht ist also doch das falsche Netzwerk ausgewählt. Heißt, wir wechseln das jetzt mal zu BNB Smart Chain und fügen die Adresse nochmal mit ein. Und sehen jetzt hier hinten auf einmal eine grüne Checkmark. Heißt also, jetzt passt doch auf jeden Fall alles. Jetzt überlegen wir mal, wie viele Bestände wir zurückschicken. Zum Beispiel Half oder All. Wir können aber natürlich auch einfach eine individuelle Zahl eingeben. Das funktioniert. Und hier unten sehen wir zum Beispiel auch nochmal die entsprechenden Fees. 4 Cent müssen wir definitiv bezahlen für die Transaktion. Und wir haben also am Ende noch 57 Cent, die wir aktuell verschicken können. Wir klicken mal auf All. Und wir sehen auch, nur die 57 Cent werden eingetragen. Die Fees werden automatisch schon mal abgezogen. Das ist also relativ einfach. Klicken dann hier auf Send. Und müssen jetzt nochmal bestätigen, ob wir das wirklich wollen. Wir checken also nochmal die Summe. Wir checken nochmal das Netzwerk. Wir gucken uns nochmal an, wie viele BNB wir verschicken. Also der Gegenwert zu dem Eurobetrag hier. Und wir gucken natürlich auch nochmal, ob die richtige Adresse hinterlegt ist. Das passt alles. Wir klicken auf Send. Und schon sind die Bestände raus. Man sieht also, es gibt keine Bestätigungen mehr über irgendeinen Wallet oder sowas. Ich muss nichts mehr machen. Es geht einfach innerhalb von Sekunden raus. Und die Bestände kommen dann auf der anderen Seite in MetaMask innerhalb von Sekunden wieder an. Das ist natürlich etwas, was über das entsprechende Netzwerk sichergestellt werden kann. Wir sehen auch hier natürlich die Activity wieder. Heißt also, auch hier sind die Transaktionen entsprechend mitgeloggt. Und wir können das alles schön nachvollziehen. Und damit sind wir jetzt auch schon durch mit der ganzen Anleitung. Wir haben also gemeinsam folgende Dinge getan. Als allererstes haben wir die Software installiert. Das ging innerhalb von Sekunden. Anschließend haben wir die Software gestartet. Und unser Kennwort für die Anwendung selber hinterlegt. Auch das hat wunderbar funktioniert. Anschließend haben wir die Recovery Phrases einmal gebackupt. Heißt also, sollte der Rechner zum Beispiel abstürzen, könnten wir die Software einfach auf einem neuen Client installieren und die Recovery Phrases benutzen, um unser Wallet wiederherzustellen. Natürlich kann man diese Recovery Phrases auch benutzen, um zum Beispiel über das Mobile Wallet App-Gedöns quasi dann eben das Wallet wiederherzustellen. Oder natürlich auch über Web 3.0. Das sollte ebenfalls funktionieren. Nachdem wir also dann einmal auch die Einstellungen und noch weitere Add-ons hier durchgeklickt haben, haben wir anschließend sowohl eine Transaktion empfangen, als auch eine Transaktion versendet. Wir haben uns hier die Veränderungen angeguckt in der Übersicht. Das hat alles wunderbar funktioniert. Heißt also, damit sind wir erst einmal durch. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du noch irgendwelche Fragen? Dann schreib sie bitte unten unbedingt unten in die Kommentare, damit ich dir alles Mögliche dazu beantworten kann. Ich werde natürlich die Kommentare ganz normal lesen und dir versuchen, so gut wie möglich zu helfen, falls es hier irgendwelche Fragen geben sollte. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn du noch eine Idee hast für weitere Videos im Bereich Tutorial, Anleitungen und so weiter, dann lass es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich dir erstmal noch einen wunderbaren Tag und morgen geht es dann weiter mit dem nächsten spannenden Krypto-Video. Ich freue mich auf dich und bis morgen.